Wo bist du? Jacob. Zeig mir deinen Arm. Uff, oh je. Das sieht aber nicht gut aus. Mehr hast du dazu nicht zu sagen, du nutzloser Dreckslumpf? Was in aller Welt ist hier geschehen? Diese Bastarde haben uns angegriffen, kurz vor dem Morgengrauen. Okay. Okay. Aha. Es gibt da diesen Kerl, einen schwarz gekleideten Hühn mit einer Stimme so laut wie eine Kirchenglocke. Hast du ihn gesehen? Was glaubst du, wer mich fast umgebracht hat? Also war dieser Mistkerl tatsächlich hier. Okay. Kannst du mir helfen? Dir helfen? Wie hast denn du mir geholfen? Na, du bist er. Okay. Also, der Oman ist wohl nur da. Sie haben sie wirklich abgeschlachtet. Warum tut man so etwas? Ja, das kann ich dir sagen, warum man das tut. Ganz einfach, damit die hier keine Pferde mehr züchten können für eine Armee. Ist doch ganz einfach. Wie kann man nur so grausam sein? Mhm. Hier scheint alles safe zu sein. So, lass mal gucken. Hier noch irgendwas? Hier liegt noch ein Vieh. Äh, ein Pferd. Okay. Was ist mit dir hier? Dorfbewohnerin? Ne, die nicht. Okay. Mal ganz kurz gucken. Äh. Äh. Sieh dich in der Gegend oben und befrage die Überlebenden. Finde da raus. Okay. Wir müssen mal gucken. B. Muss hier nur irgendwas sein. Ja, Schloss knacken. Mhm. Da ist noch was. Wie kann man nur so grausam sein? Wer bist du? Verdammt! Mhm. Mächter. Mächter. Leicht. Frage ist, wo ist es halt, ne? Ja, innen. Was ist denn hier los? Ne, stehlen tue ich mit Sicherheit nicht. Pass etwas besser auf. Was ist denn hier los? Ein Misthaufen oder sowas? Hier ist nur ein Vorrat oder sowas. Ah, hier ist Holz. Wir haben ja A, keine Dietriche, geschweige denn, dass wir es vernünftig können. Kannst du mir helfen? Dir helfen? Wie hast denn du mir geholfen? Ach, komm. Unglaublich. Wo ist denn besagter schwarzer Mandel? Einer sagt, das liegt ja hier nur rum. Was lungerst du hier rum? Du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Ah ja, sehr gut. Aber wo? Vielleicht mal nochmal kurz mit dir, Guto. Aufsitzen und stehlen. Das Pferd ansehen. Aha. Okay. So viel Blut. Es führt zum Teich. Aha. Dann gehen wir mal ganz kurz gucken. Da liegt doch noch was. Armer Kerl. Da muss hierher gekrochen sein. Wenn sie es auf die Pferde abgesehen hatten, müssten beim Hauptstall mehr sein. Hier ist aber nichts beim Hauptstall. Hier ist noch mehr Blut. Gießtel. Nehmen wir mit. Noch mehr Blut. Hier brennt es. Haben sie abgefackelt. Na, hier ist noch mehr Blut. Bitte. Ist doch eine Schmiede hier, oder? Schade. Kein Schleifstein, wie man so sieht. Was ist denn hier los? Ah. Was ist denn hier los? Marc? Geht es dir gut? Lass mich in Ruhe. Geh weg. Äh. Sieh mal, ich weiß, dass es schwer ist. Wenn ich sage, du sollst reden, dann redest du. Aufhören, aufhören. Lass mich in Ruhe. Ihr alle. Na toll. Hat nicht geklappt. Geht es? Geht es dir gut? Lass mich in Ruhe. Geh weg. Du brauchst keine Angst zu haben. Mit deiner Hilfe finde ich diese Bastarde. Und dann werden sie bezahlen. Sie haben es verdient. Was willst du wissen? Was ist hier eigentlich geschehen? Die haben die Tiere getötet. Und warum haben sie sie getötet? Haben sie etwas gestohlen? Nein. Denk genau nach. Wie hat es angefangen? Wir, wir haben die Tiere gehört. Ihre Schreie. Dann Smill. Er hat geschrien. Und sie haben ihn getötet. Bist du sicher, dass es zuerst die Tiere waren und dann Smill? Und nicht andersrum? Ich bin sicher. Sowas habe ich noch nie gehört. Und ich werde es nie vergessen. Was geschah dann? Wir sind rausgerannt. Es war ein Durcheinander. Die Tiere sind verreckt. Die Ställe haben gebrannt. Und überall diese Dämonen. Die Ställe brannten bereits? Geschah das nicht, nachdem sie das weitergesucht hatten? Nein. Die müssen sie gleich angezündet haben. Was, Dämonen, sagst du? Ach, nur Abschaum. Wertloser Abschaum. Wie viele waren es? Nicht viele. Es sind bloß ein paar auf uns los, aber hinten waren mehr. Haben sich gegenseitig angebrüllt. Okay. Brüllten sie wegen des ganzen Lärms? Nein. Irgendwas war passiert. Haben gestritten. Hinten? Wo? Ein Wald. Richtung Norden. Haben versucht wegzukommen. Aha. Aha. Wohin? Wohin sind sie geflohen? Gen Norden. In den Wald. Aha. Ein paar haben also das Weite gesucht und der Rest hat gekämpft? Genau. Dann sind mehr von uns raus und haben zurückgeschlagen. Also sind die anderen auch geflohen. Danke. Mehr muss ich nicht wissen. So. Okay. Reden wir mit den ganzen Leuten hier, wenn es geht. Diese sinnlose Brutalität. Sie schlachteten Menschen und Rasse ab und doch scheint es, als hätten sie nichts gestohlen. Wie kann man nur so grausam sein? Wie kann man nur so grausam sein? Diese sinnlose Brutalität. Die armen Tiere. Sie schlachteten Menschen und Rasse ab und doch scheint es, als hätten sie nichts gestohlen. Die armen Tiere. Tun mir wirklich leid. Nächstes Leben noch ein paar. Ach ja. Okay. Wir haben B und A. Ich befrage die Überlebenden. Gibt es da noch irgendwas? Oh, guck mal. Kacker. Okay, irgendwo muss noch einer sein, den wir befragen sollen. Da bist du. Brotschopf. Was? Wer ist da? Ruhig. Ich möchte nur fragen. Ich weiß nichts. Bist du verletzt? Ganz und gar nicht. Hab keinen Kratzer. Was ist hier wirklich passiert? Weiß nicht. Irgendwer hat angegriffen. Weiß nicht wer. Hast du mitbekommen, aus welcher Richtung sie kamen? Nein. Ich hab gar nichts gesehen. Na, sehr hilfreich. So, den haben wir. Mal ganz kurz gucken auf Karte. Sieh dich in der Gegend um. Das machen wir ja schon die ganze Zeit. Hier irgendwo was da ein. Da ist noch ein Gaul. Hier liegt nur einer rum. Frage ist... Na, was sollen wir Ausschau halten? Kann ja hier wirklich alles sein. Ich seh hier nämlich nichts irgendwie Außergewöhnliches jetzt. Ah, wie gern würde ich die Schlösser knacken. Aber ich kann's nicht. Keine die Tüche. Hier ist noch ein Hund. Okay, hier ist nix. Könnte wieder was sein. Ah, Löwenzahn. Okay. Sagen wir mal kurz Löwenzahn mit an. Wahrscheinlich übersehe ich gerade was. Na gut. Egal. Gehen wir nach C. Erkunde die Gegend nördlich des Gestütz. Tun wir doch. Halt. Wie war denn das jetzt? Äh. Genau. Ach, der ist er ja schon. So, mal schauen. Mal was finden. Weil ich hab jetzt hier nichts Außergewöhnliches gesehen. Ich hab jetzt hierhin. Na, wir sind vor, dass ich sie sein, wenn ich sie nicht Naah Die Frage ist, in welche Richtung? Ich würde ja fast sagen, wir sind auf der Straße hier weitergeritten. Wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020